Alle Leute, herzlich willkommen zu Hearts of Iron 4 und einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und dieses Mal wollte ich nicht irgendeinen Let's Play machen, sondern mein erstes Mod Let's Play, quasi mein erstes Mod Let's Play Through, wie auch immer. Und dafür habe ich mir einen Mod ausgewählt, der heißt Weltkrieg Version 1.1.1, zumindest im Moment, von Kaiser Hagen. Ich verlinke euch das Ganze noch irgendwie in der Infobox, da könnt ihr, wenn ihr Bock drauf habt, den Mod selbst runterladen, oder die Mod. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze erstmal an. Wir sehen hier nämlich schon 14. August 1950, obwohl hier unten drunter steht, nicht optimiertes Szenario, wollen wir auch gar nicht. Wir wollen natürlich vor dem Zweiten Weltkrieg anfangen, 1936. Und hier sehen wir auch schon ein bisschen was, was sich verändert hat. Also die meisten Nationen sind gleich, wir haben hier Frankreich, UK und da fängt es auch schon an, hier Osmanisches Reich ist schon was Neues. Aber ich sage mal, die wirklich beiden Stars von diesem Bildschirm sind hier einmal Kaiser Wilhelm III. als deutsches Kaiserreich und Karl Renner als Vereinigte, irgendwas, steht es hier unten, Vereinigte Dingsbombs, warte mal, machen wir anders. So, wir gehen jetzt mal hier drauf und da seht ihr auch schon ein bisschen was hat sich verändert. Vereinigte Staaten von Großösterreich. Und so wie ich das verstanden habe von der Mordbeschreibung hier, ist das Szenario, dass Deutschland, Österreich den Ersten Weltkrieg und natürlich das Osmanische Reich hier unten, nicht zu vergessen, ja, den Ersten Weltkrieg gewonnen hat. Also nicht so wie es in Realität war, dass die Alliierten hier, die Westmächte, den ganzen Krieg gewonnen haben, sondern die andere Seite. Und ja, ich fand das mal ganz spannend, weil natürlich jetzt auch hier das Vereinigte Königreich, sehen wir es hier. Ja genau, hier, so Modifikatoren hat wie Verlorener Stolz. Die Niederlage im Großen Krieg nagt am Stolz der Briten. Frankreich dürfte etwas Ähnliches haben. Erster Weltkriegstrauma, gespaltene Regierung, ja, das haben die auch sonst. Und nach Rache streben hier, oh, die haben sogar Plus, das ist sogar ein guter Modifikator hier. Die rekrutierbare Bevölkerung ist 0,8 Prozent, ich weiß nicht, ob das Plus oder Minus oder generell nur 0,8 Prozent. Armeemoral allerdings plus 5 Prozent, Baugeschwindigkeit Militärfabriken plus 2 Prozent, das ist schon ziemlich gut. Spanien, ja, ändert sich nicht wirklich was dran. Allerdings sehen wir hier schon, ein größerer Teil in Nordafrika, Nordwestafrika gehört auf einmal dem Deutschen Kaiserreich. Hier der ganze Batzen, der normalerweise Italien gehört, gehört dem Osmanischen Reich. Ja, natürlich hier ganz Israel, also heutzutage Israel, Halbinsel Sinai und sowas ist auch alles noch im Osmanischen Reich. Königreich Persien existiert, britische, also normalerweise ist es noch hier Irak und Iran, oder? Ja, Irak, Iran, hier so. Britisch Indien ist anscheinend noch irgendwie unter Britannien, also unter dem Vereinigten Königreich. Also guck mal hier, ganz zentral Afrika, einmal deutsches Kaiserreich, Südafrika, keine Ahnung, wem ihr gehört, demokratisches Regime, müsste man dann gucken. Ähm, was haben wir hier in Ostasien, ja gut, Singapur ist immer noch UK, das ist das Niederlande. Äh, ja, da sehe ich schon ein bisschen deutsches Kaiserreich hier. Da glaube ich auch, nee, das dürfte Portugal sein, ja. Die Farben sind ein bisschen schwer zu unterscheiden, muss man sagen. Kaiserreich, Manchurei, auch gut. Japan ist nicht ganz so groß, obwohl ich nicht weiß. Deutschland bin nicht herberater, ah, okay. Das heißt, die scheinen irgendwie unabhängig zu sein, also die Manchurei ist irgendwie unabhängig von Japan, so wie ich das sehe. Japan sind allerdings, äh, faschistisch. Und da kommt eigentlich so, was ich eigentlich ziemlich gut, äh, jetzt gucken wir hier gerade nochmal. Vereinigte Staaten, ja, oh, wir sind sogar ziemlich faschistisch und kommunistisch. Sind nur 58% demokratisch, interessant. Hm. Ja, okay, hier tut sich nicht ganz so viel. Aber was ich halt sehr cool finde an diesem Mod ist, dass er nicht nur die drei, äh, also mehr oder weniger vier Standard, äh, Fraktionen hat. Also faschistisch, demokratisch, kommunistisch und neutral. Sondern auch noch eine vierte, äh, ein vierter, nämlich die Monarchie. Da sehen wir hier schon, das deutsche Kaiserreich ist, äh, monarchisch, aber allerdings auch nur zu 58%. Äh, 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 23% demokratisch, ähm, 4% faschistisch. Also die NSDAP hat hier unter Art of Hitler, Vorsitzender Art of Hitler, hat hier nicht ganz so gute, große Arbeit geleistet, wie man sieht. Und, äh, Kommunismus unter Ernst Thälmann ist auch nur mit 15% da. Ja, und eben die ganze Danzig-Krise ist auch nicht wirklich vorhanden. Also, das Großfürstentum Polen existiert, ist allerdings auch monarchisch. Das heißt, die beiden wären eigentlich sogar sehr gute Verbündete, wenn man das so sehen möchte. Dänemark ist etwas geschrumpft, ähm, Schweden hat sich, glaube ich, gar nicht so viel geändert hier. Ähm, Königreich Finnland, ich weiß nicht, ob die hier oben diesen Zipfel auch hatten, sind auch monarchisch, monarchisch. Ähm, Italien, gucken wir mal kurz, ja, faschistisch, da hat sich nicht allzu viel getan. Und natürlich das Osmanische Reich, ethnische Probleme, schwache Regierungen, aber auch monarchisch. Und soweit ich weiß, bekommt das Osmanische Reich irgendwann eine Rebellion, wahrscheinlich hier die Beduinen-Stämme hier unten im Süden, die ja auch schon im Ersten Weltkrieg versucht haben, diesen Aufstand zu proben und es auch dann irgendwie geschafft haben, sodass nach dem Ersten Weltkrieg wirklich nur noch die Türkei hier oben wirklich osmanisch mehr oder weniger türkisch war. Und das da unten hat sich alles abgespalten. Aber, was ich jetzt vorhabe für dieses Let's Play ist, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel seht und am Thumbnail und keine Ahnung, äh, eine, ein Land zu spielen, was es im normalen Spiel nicht so ganz leicht hat, nämlich Österreich. Im normalen Spiel ist es so, dass irgendwann der Anschluss kommt und, ja, dann ist es vorbei für Österreich. Deswegen würde ich sagen, wir spielen Österreich, die im Moment eine sozialdemokratische Partei an der Spitze haben. Und, Sieger des Ersten Weltkriegs, rekrutierbare Bevölkerung minus 0,2%, Eieiei, Zeit, um Kriegsziele zu rechtfertigen plus 15% und Fabriken für Konsumgüter 5%, äh, demokratische Bewegung, tägliche Beliebtheit, Demokratie, da, 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 große Reformation, nationaler Zusammenhalt, politisches Wachstum minus, Alter. Okay, die haben es auch, äh, in jedem Spiel anscheinend nicht allzu leicht am Anfang. Ähm, jetzt kurz bevor wir einsteigen, wir bleiben natürlich wie immer auf regulär Ironman-Modus aus, einfach weil mir die Speicherzeiten da ein bisschen lästig sind und historische KI-Schwerpunkte sind hier sowieso etwas fehl am Platze, weil es absolut unhistorisch ist, deswegen schalten wir die aus und starten einmal. So, jetzt ist mein Plan wie folgt. Also im Moment sind wir ja demokratisch. Ähm, weiß ich gar nicht, wie uns das hier irgendwie, ja, hilfreich sein könnte. Und wir, also wenn es nach mir geht, wollen wir nicht demokratisch bleiben. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz hier, ähm, unser Land an. Da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte, dass wir schon auf dem Landmodus bleiben. Ähm, da, 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 was wollte ich jetzt gucken? Gute Frage. Achso, wir bekommen plus 1,7 politische Macht täglich. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ähm, jetzt muss ich, jetzt muss ich noch dazu sagen, habe ich vergessen zu erwähnen, alle, ähm, Länder, so ziemlich die geändert wurden, also so ziemlich die Hauptländer wurden geändert, ähm, starten auch mit unterschiedlichen Einheiten alle am Start. Ich glaube, ich habe, ähm, mal bei, mal im Vereinigten Königreich reingeguckt, einfach um den Vergleich zu haben, im normalen Vanilla-Spiel starten ja, glaube ich, irgendwie mit 20, 30 Divisionen hier in England. Und als ich gestartet habe, standen auf einmal 75 Divisionen, ähm, das heißt, theoretisch wurden auch sämtliche Divisionszahlen ziemlich upgedatet und ziemlich hoch gepusht. Ähm, ja, gut. Äh, wir sehen hier auch schon, in Österreich steht ziemlich viel Zeug rum und wir haben sogar eine Marine, die sogar eigentlich ziemlich gut aussieht. Wir haben vier Schlachtschiffe, drei Schlachtkreuzer und so weiter und so fort. Und hier unten steht auch noch was. Äh, da haben wir auch noch Schlachtschiffe und alles mögliche andere. Ähm, jetzt müssen wir uns aber erstmal orientieren. Okay, hier hat sich anscheinend auch irgendwas geändert. Jetzt muss ich durchgucken. Einfaches Training, Ausbildungszeit, weniger Organisation der Armee ist schlicht. Ähm, Elite-Training, spezialisiertes, reguläres Training, das wäre, ja, kein Bonus, kein Malus. Kurze Einweisung, oh Gott. Moral und Organisation drastisch runter, Ausbildungszeit, leider sind es minus 50%. Das wäre wahrscheinlich, wenn man dann im Krieg ist, ziemlich geil. Um einfach die Division ziemlich schnell rauszuhauen. Äh, Ausbildungszeit, Organisationen, na, viel stärker irgendwie, Erfahrung plus, uh, plus 0,2 täglich. Das ist ja hart, okay, das ist sehr, sehr, sehr geil. Allerdings die Ausbildungszeit, ähm, ja. Also das hier wollen wir theoretisch, sobald es geht, ändern, ähm, sofern wir denn eine Armee aufbauen. Ähm, was ist hier, Wehrpflichtgesetz, was war das jetzt? Achso, das ist Militärausbildungsgesetz, das ist also komplett neu. Ähm, Wehrpflichtgesetz, Berufsheer, rekrutierbare Bevölkerung 1,5, was haben wir hier begrenzt? Umfangreich nach Bedarf, okay, das ist, ähm, das Übliche nur, dass hier Berufsheer noch steht. Freie Presse, ah, wir haben Pressegesetze. Das ist interessant, okay, ähm, Fabriken für Konsumgüter 3%. Ah, ich sehe schon, da muss ich mich vielleicht zwischen den Folgen mal einlesen. Hier, Verteidigung gegen ideologische Beeinflussung, minus 20%, Forschungszeit, mhm, mhm, mhm. Kriegspropaganda, Kosten für Umbau, Zeit, um Kriegstil zu rechtfertigen. Das können wir allerdings im Moment nicht machen, da wir demokratisch sind. Ähm, wir können das generell alles nicht machen, weil wir demokratisch sind. Das heißt, alle Demokraten haben automatisch freie Presse. Was ist theoretisch... Warte mal, warte, 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 warte. Ähm, Verteidigung gegen ideologische Beeinflussung, minus 20%. Das heißt, wenn wir jetzt ein demokratisches Land haben, wie zum Beispiel Frankreich, die ja schon ziemlich kommunistisch und ziemlich faschistisch sind, und... oder England... Ja... Oder die USA, die sowieso auch schon ziemlich faschistisch sind und alles. Ähm, dann könnten wir die eigentlich ziemlich leicht beeinflussen, so wie das aussieht. Also das gefällt mir schon mal sehr gut. Ähm, allerdings, ja, müssen wir uns entscheiden, was wir dann nehmen, wenn wir nicht mehr demokratisch sind, weil, ähm, ja, Forschungszeit ist eigentlich ganz gut. Propaganda ist auch sehr gut für die moralisch rekrutierbare Bevölkerung. Ähm... Zeit um Kriegsstil, politischer Machtzuwachs, zensierte Presseverteidigung... Ja, das, äh, das hier ist quasi das Gegenteil von Freipresse und Widerstandspresse ist... Auswirkung Partisan. Das heißt, wenn wir okkupiert werden von unseren Feinden, dann sollten wir Widerstandspresse machen. Aber ich glaube, ähm, im Moment ist Freipresse eigentlich ganz gut, wegen den, äh, 5% Forschungszeit. Gut, das hier wollen wir wahrscheinlich nie, weil plus 3% Forschungszeit. Ähm... Hm, 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 hm. Das hier, Kriegspropaganda wollen wir eventuell, wenn wir uns auf den Krieg vorbereiten und Propaganda wollen wir, wenn wir im Krieg sind. Interessant. Freihandel? Ah, Familienpolitiker haben wir auch noch. Oh, je, oh, je, oh, je. Ähm, Freihandel hat, glaube ich, immer noch dieselben Boni, wie es auch sonst hat. Ist im Grunde genommen ziemlich gut. Ich weiß auch, dass die Leute hier die Ressourcen an uns verteilt haben. Wir haben ein bisschen Öl hier im Land. Daneben ist natürlich... Ähm... Okay, was, was produzieren wir denn so? Wir produzieren sieben Öl, Aluminium, ziemlich viel, kein Gummi, kein Chrom, ziemlich viel Stahl und, ähm, etwas Wolfram. Also schon mal mehr als im Vanillaspiel. Als im ungematteten Spiel. Ähm, wir produzieren ziemlich viel. Wow, krasser Scheiß. Ähm, allerdings, Öl sind wir immer noch weit entfernt. Es sei denn, wir schnappen uns Rumänien hier, die natürlich jetzt mittlerweile, wo wir Österreich-Russ... äh, Österreich-Russland... Österreich-Ungarn quasi sind, direkt an unserer Grenze sind. Das heißt, ein früherer Krieg gegen Rumänien wäre... denkbar. Im Kaukasus ist immer noch die wundervolle Ölquelle. Wen haben wir da? Ähm, Trans-Kaukasische... Transka... Alter, das ist so klein. Also, okay, da steht's ja auch. Transkaokasische Demokratisch-Föderale-Republik. Holy Crap. Hui. Ja, Sowjetunion hat sich ja, nicht ganz so viel geändert. Immer noch absolut kommunistisch. Ja, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen an. Gucken wir mal. Oh, Forschungskratsch und vier Forschungsteams am Anfang. Mein Plan. Ich habe vergessen, meinen Plan zu erläutern. Und zwar, ich möchte nicht demokratisch bleiben und ich möchte auch nicht kommunistisch oder faschistisch werden, sondern ich möchte natürlich hier die Habsburger Monarchie wieder aufleben lassen. Einfach, um es mal auszuprobieren, was so die monarchischen Boni und Mali sind irgendwie quasi. Und deswegen möchte ich das natürlich tun. Und wir wären dann quasi, ja, unsere nächsten Verbündeten wären dann quasi in Deutschland und Polen. Und eventuell können wir dann auch das Osmanische Reich in ihrem Bürgerkrieg unterstützen. Sollte er denn stattfinden? Ich weiß, die können das auch irgendwie, wenn wir mal kurz reingucken, die können das auch irgendwie anhalten. Lösung des Völkerproblems vielleicht? Alle macht ihm so, irgendwie so, irgendwo hier. Also, auch die Länder hier, wenn man hier so guckt, die haben alle neue Fokusbäume. Also hier Entspannungspolitik, Demokratik. Also Deutschland kann sich beispielsweise auch entscheiden, ob es selbst demokratisch wird oder was weiß ich. Planten schwarz. Und diese ganzen Sachen, die sind alle komplett neu, so wie ich das sehe. Und hier neben, das ist so, also das ist geblieben mit den, ähm, Industriesachen, obwohl es ziemlich genervt wurde. Also vorher waren das ja, ich glaube, neun Fabriken, wenn ich mich nicht täusche, pro Dings. Und jetzt sind es, äh, drei. Also nicht mehr ganz so, ganz so mächtig, ganz so übermächtig, wenn man das so sagen mag. Ähm, hier der Baum wurde etwas geschrumpft, etwas vereinfacht. Und, ähm, wir haben natürlich auch einen komplett neuen Fokusbaum, bis auf, äh, diesen Teil hier neben, glaube ich, denke ich. Den wir natürlich auch, ähm, ja, benutzen werden. Jetzt weiß ich gar nicht, gehen wir direkt hier neben rein oder gucken wir erstmal, dass wir hier, ähm, wo können wir das denn machen? Eiserne Faust, glaube ich, ja. Eiserne Faust. Eine der folgenden Bedingungen muss zutreffen. Monarchie, mehr als 30%. Ähm, ba, 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 ba. Erhält Nationalgeist, Eiserne Faust, durch tägliche Beliebtheit. Monarchie plus 0,1. Und der National... Ja, okay, demokratische Bewegung wird sofort entfernt, wenn wir das hier machen. Das ist natürlich sehr gut. Ähm, Kaiser hält die Macht. Okay, und hier kommen wir direkt auch schon an eine monarchische Regierung ran. Das heißt, wir sollten zumindest mal hier anfangen, hier da bis zu dem Zweiten. Und dann eventuell auf Wirtschaft gehen. Aber gucken wir mal. Gehen wir erstmal hier auf ein bisschen politische Macht, weil gerade am Anfang ist das ja nie verkehrt. So, dann können wir jetzt hier gucken. Wir haben... Also das hier jetzt auch ein bisschen, ein bisschen verändert, so wie ich das sehe. Ähm, aber das, ja, können wir eigentlich erst gucken, wenn wir da genug Punkte für haben. Ah, Familienpolitik habe ich noch nicht geguckt, genau. Ähm, nicht reformierte Familienpolitik. Ja, was auch immer das. Ja, das macht anscheinend gar nichts. Vernachlässigte Familienpolitik. Wöchentlicher Zusammenhalt. Uh, wenig. Ähm, monatliche Bevölkerung auch weniger. Und für Konsumgüter weniger. Fabriken für Konsumgüter ganz wenig. Aber monatliche Bevölkerung, uh. Aha, aha, aha. Okay, hier muss man anscheinend ausgleichen, wie viele Fabriken für Konsumgüter, ähm, gegenüberstellen, wie viele monatliche Bevölkerung oder Zusammenhalt oder sowas. Und je besser die Boni sind, desto mehr, ähm, Fabriken muss man natürlich für Konsumgüter herlassen. Also, Moment, wie viel haben wir da? Achtzehn Fabriken! 38% unserer Fabriken sollen für Konsumgüter, holy shit. Ähm, wird das hier noch durch irgendwas anderes? Freihandel vielleicht? Nein? Zivilwirtschaft höchstwahrscheinlich, ja. Ähm, Fabriken für Konsumgüter 30%. Ähm, Isolation umgestellte Isolation. Mhm, mhm, mhm. Okay, das heißt, da wollen wir natürlich, ähm, wie in den anderen Playthroughs so schnell wie möglich von weg. Und hier, ja, das können wir im Grunde genommen erstmal ignorieren. Gucken wir mal. Also, die Forschungsbäume sind, glaube ich, ich weiß nicht, ob, ähm, der Modmaker, Mr. Hagen, äh, wenn du das siehst, dann kannst du das ja vielleicht mal beantworten, ob du vorhast, die Forschungsbäume noch zu editieren oder irgendwie die zu ändern, weil, so wie es aussieht, sind das einfach die Vanilla, also die ganz normalen Forschungsbäume. Und von daher würde ich sagen, wir machen auch einen ganz einfachen, ganz normalen Start. So, hier ist nichts vor erforscht. Ähm, 1918er Infanteriewaffen. Und, na, jetzt haben wir noch eins. Äh, Fashion Jäger, bla, 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 bla. Das hier ist 38er Technologie. Ja, das hier ist auch, also schon, da könnten wir eigentlich das Feldlazarett machen. Obwohl, Panzerwände eigentlich auch geil, ne? Ja, es ist auch der generische Panzerbaum, so wie es aussieht. Ähm, Artillerie auch 36er. Ja, Landdoktrin wäre auch geil, aber da warte ich, glaube ich, erst mal auf irgendeinen Typ in der Regierung. Deswegen würde ich sagen, wir erforschen das 34er-leichte Panzermodell. So, freie Zivilfabriken. Dann würde ich sagen, macht man... Holy Crap, hat Österreich viele Provinzen. Wow. Würde ich sagen, wir hauen erst mal ganz, äh, viele Zivilfabriken überall rein. Obwohl, nicht, nicht da. Nein, nicht an der Küste, weil da wollen wir das freihalten für... Ähm, wie heißt's? Dingsis. Schiffswerfen. Bam, 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 bam. Also, pro Provinz eine, es sei denn, also außer die Seeprovinzen, dann kann das hier erst mal so gebaut werden. Wie viel haben wir im Moment? 16 haben wir zur Verfügung. Freie Militärfabriken. Jetzt gucken wir gerade mal, was brauchen wir denn? Infanterieausrüstung haben wir ein bisschen motorisiert, haben wir quasi nichts. Artillerie, Zusatzausrüstung, okay. Also das Übliche. Wie viel haben wir frei? Ganze... Okay. Ganze fünf Stück. Das heißt, wir machen das so, 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 ähm, ja, du bist relativ unbedeutend. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Ähm, ja, für die Zeit, können wir jetzt... Na, hier haben wir eigentlich nicht die Ressourcen für. Was mache ich mit meiner Marine, ist die Frage. Ich weiß das natürlich auch nicht, da wir hier so ein bisschen, da das alles alternatives Universum ist, quasi, weiß ich nicht, gegen wen wir im Endeffekt im Krieg sein werden. Das könnte sogar sein, dass wir direkt mit Italien im Krieg sind, wenn die monarchischen Länder, ähm, sich gegen die faschistischen Länder stellen. Ah ja, da müssen wir nochmal gucken. Also eventuell könnte es sogar sein, dass unser nächster Feind Italien wird, und da bräuchten wir theoretisch eine gute Oberflächenmarine, obwohl so ein paar U-Boote schon nicht schlecht sind. Ähm, gucken wir mal, was ist denn so das Neueste? Zerstörer, okay, U-Boote sind super veraltet, das heißt, da können wir erstmal ähm, ein bisschen weniger produzieren. Ich würde sagen, Zerstörer und leichte Kreuzer für den Anfang sind ganz gut. Ähm, das heißt, dich lassen wir erstmal auf einem... Zerstörer 2 Handelskonvoids, ja, Handelskonvoids sind auch in Ordnung. Ähm, sind das die aktuellen Zerstörer? Ja, das sieht ganz so aus. Wie viel haben wir frei? Zwei Stück, dann holen wir die gerade da rein. Und... Wollen wir hier von wirklich vier Stück mehr kommen? Machen wir nochmal eins, bis das fertig ist. Ähm... Ich kann dich eigentlich auf unendlich stellen, weil Konvoids brauchen wir eigentlich immer. Und von dir erstmal vier. Kommen alle in Istrien raus, so wie es aussieht. Und... Ja, eine Sache, die ich noch mache, bevor wir hier Na, das mache ich nächste Folge. Ähm, geringe Mannstärke? Na, 147.000 ist jetzt nicht allzu wenig, obwohl wir ja, Berufsfähre haben. Ähm, wir brauchen Öl. Transns-Kaukasisch-Demokratische vielleicht? Oh Mann. Ähm, ja. Schreiben wir mal einen Handel mit denen da. Und was brauchen wir noch? Gummi. Das deutsche Reich hat Gummi. Ja, dann nehme ich das doch von denen, würde ich sagen. Die direkten Nachbarn sind die besten Handelspartner. Und... Ja, alles klar. Dann, ähm, gucke ich mir das gerade noch an, wie es aussieht mit den Divisionen. Da sind ein paar Gebirgsjäger. Ja, hier drüben sind eigentlich auch Gebirgsjäger. Gar nicht schlecht. Okay, dann würde ich das nächste Folge machen. So, und... Weil das das erste Video der Serie ist, nochmal als Erinnerung. Wenn euch es gefällt, lasst mir ein Like da. Oder, keine Ahnung, wenn ihr neu seid, abonniert den Kanal. Ich würde mich super freuen. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und... Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wie gesagt, ich werde hier jetzt so ein paar Folgen von aufnehmen. Und... Freue mich, wenn es euch freut, dass es uns alle freut. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.